Und was hast du noch gesehen, als du dort vom Schiff aufs Meer geschaut hast? Irgendwas Besonderes? Naja, allgemein die Natur ist ja etwas Besonderes. Wir haben ganz viele Fotos gemacht, weil es ist einfach unglaublich, was man da alles sehen kann. Wir sind auch in ein paar Städten rausgestiegen, konnten auch ein bisschen durch die Städte wandern und rumrummen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Was hast du denn jetzt ein bisschen eingekauft? Ja, ein bisschen was. Es ist jetzt ein bisschen so Shoppingreise gewesen für mich, aber ein paar Sachen konnte ich was kaufen. So ein paar typische norwegische Souvenirs? Ja, ein paar Souvenirs auch für Freunde und so. Das muss ja sein. Und hast du Postkarten geschrieben, so wie immer? Na klar, du hast auch eine Postkarte von mir gekauft. Das stimmt, ja, genau. Ich denke da mal kurz nach. Doch, ja, so wie immer. So wie von jeder Reise. Ja klar, ich nehme es auch nicht. Genau. Ja, das stimmt. Vielen Dank.